Nein, das wollte ich nicht. Hab ich gehört, wir machen eine Diamant-Hake. Für was? Das ist das Unnötigste. Das ist das Unnötigste, was es gibt, weil die wird genauso schnell hier nicht wieder reisen. Ein verzauberter Hake. Ja, natürlich. Keiner? Nein. Es sieht gar nicht so schlecht aus, was ich da basteln. Gefällt mir. So, dann brauche ich was aus dem Stickies. Nochmal 64er Stack. Ah, mir schläft die Hand gerade. So. Zack. Mit dem werde ich nicht weit kommen. Das ist ein Schlauch. Ja, das ist ein Schlauch. Das ist da. 1 zu Weg damit Und dann quasi hier noch 1 zu 2 Ausis Schatz 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 Und dann baue ich das hier noch so Perfekto Jetzt habe ich gleich eine räumliche Abtrennung gemacht Überall Und jetzt brauche ich eigentlich noch im Prinzip Schilder Machen wir noch ein Stück einmal Sollte reichen So was habe ich gesagt Hier kommt Steak rein Steak Was heißt das andere Schweinefleisch Jo Heißt das wirklich so Oder wie heißt denn das Nämlich Ich weiß es gar nicht Ratten Schweinefleisch Okay Schweine Fleisch Schweine Fleisch Schweine Fleisch Schweine Fleisch Ah da geht sich sogar aus Schweine Fleisch Steak Und da haben wir Weizen 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 Und da haben wir Karotten 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 Perfekto Perfekto Und dann habe ich noch ein Schild übrig Ich Mach ich denn das hin Da Hühn Hühnchen Ja Geh mal schlafen Filet Moment Ich leg schon im Bett Ich brauch noch ein bisschen Satz Felix Wie Was hast du denn Du eigentlich eine Hake braucht Hä Ja Weizen Weizen Ahem Dies Was ist denn Weizen 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 Wir müssen sogar Sandfahnen gehen. Das Problem ist, am Anfang wird es wahrscheinlich interessant sein, weil du die Maschinen und alles kennenlernst, nur ich stelle mir vor, dass das ziemlich schnell fad werden kann, wenn du dann alle Maschinen schon hast und die Maschinen im Prinzip alles für dich erledigen und alles für dich tun. Alles auch immer nicht. So ist doch jetzt zum Beispiel Sandfarmen oder Diamantenfarmen oder das oder das, ja. Aber da war es auch schon. Gewisse Sachen musst du auch farmen gehen. Da bleibt das Sand, das Sport. Verstehst du? Mhm. Für manche Rohmaterialien, Materialien musst du farmen gehen, weil das keine Maschine herstellen kann. Ja, aber auch nur gewisse. Ja, und das bringt auch wieder Spannung ein, wenn du zu suchen gehen musst. Ja, schauen wir mal. Auch wenn du es vielleicht erleichternst und du es mit Maschinen kannst, ne? Aber im Endeffekt, ja. Wird die eine Sache nicht passiert, würde ich heute noch viele Teppist spielen, aber... Mhm. Ich habe keinen Bock alleine von Null anzufangen wieder. Weil mein Charakter weg ist, ne? Ne. So, da. Dann wollen wir mal das Feld bestellen, ne? Das ist ja ein Arschloch-Endermänner. Warum? Wir nehmen eins raus und setzen zwei anderes ein. Jupp. Ich will. So lange sie den Kies da nicht nehmen, ne? Dass die ganze Feld innen ist. Und dann da schlage ich's. Nein. Das ist sowieso da schlagen, aber. Achso, siehst du? Samen brauchen wir ja für die Hühnchen zum Füttern. Mir bleibt ja immer ja über. Ja, ja, ja. Nein, nein. Wegen der Kisten. Weil da müsste ich extra Kisten ja auch wieder machen. Wo wir den Samen hingeben können, ne? So, dann haben wir das auch gleich gelegt. Bis ich unten fertig den Samen gesetzt habe, ist er unwahrscheinlich wieder nachgewachsen, ne? Da hätte ich gerne ne Maschine dafür. Gibt's die Decke da? Jo, das weiß ich eh, aber ich meine jetzt den Vanilla-Minecraft. Okay, ich hau den Samen dabei da her. Interessiert mich da oben nicht. So. Hm, die Welt wurde gespeichert. Wunderschön. Dann haben wir Kartoffeis. Für unseren Eigengebrauch. Weil die Frist ist keiner sonst. PENIS! Ups, dann. Ach, da hat wieder ein Enderman-Block. Kannst du mal kurz rauf gehen und das Wasser abdrehen? Bitte, danke. Jo. Moment. Moment. Dankeschön. 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 Du hast ihn schon wieder fressen, hm? Unter der Aufnahme. Da haben wir noch was, da haben wir noch, da haben wir noch was. Zack, 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 zack. Ich sehe jetzt nicht, wo was hingehört. Drei giftige Kartoffeln haben wir nur gejammert. Das ist ja nix. So der Menge. Und die letzten 15 noch. Also, nicht die letzten 15, die letzten, die wir da noch haben. Perfekt. So. Und dann haben wir noch Karotten. Die giftigen Hör ich da rein. Zack. Gehen wir da noch mal rauf. Nochmal rauf. Äh, vegetarisches Essen. Ofen, Kartoffeln. Siehst, dann geh ich die gleich rein. Weizen brauch ich da nicht. Beziehungsweise Brot brauch ich da rein. Äh, Lagerkarotten haben wir ja schon. Dann muss ich die, warte mal, warte mal, warte mal, haben wir da genug Kohle? Nein, haben wir natürlich nicht mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stacks. Also können wir das. deine Musik. Baxter, dieциюерь über. Jungs, drei, vier. Mhm? Amen.